Hi, Eva. Ja? Heute Mittag? Klar. Okay, bis später. Tschüss. So weit. Und los. Zehn Kilometer Bahn. Um das zu neutralisieren, brauche ich Sigi, Dieter. 20 Kilometer Bus. Dafür brauche ich Aaron, Steve und Gwendel. Und die vier kleinen. Daher muss ich in die Kürten gehen. Ja. 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 Das ist der erste Runde. Sie liebt mich. 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 Oh Scheiße. Nächste Haltestelle, Otto Hahn-Klitz. Sie erreichen von dieser Haltestelle das Späne, und das Museum für Kommunikation. Hallo. Zur Bergerstraße 17 bitte. In Eschborn. Ich muss hier raus. Ich bin hier raus. Janne, ich bin hier. In der Hayter Haltestelle bin ich. Ich muss hier rauskommen. Hier ist er und erwartet mich. Es ist einfach, dass man die Einzelmethik zu den Gelenkorn. Ich würde mich über das zu tun. Ich bin hier raus. Ich würde mich überrasen. Ich wollte mich überraschen. Ich wollte es jetzt nicht raus. Ich récupese mich, du darfst. Ich kann es nicht mehr aus. Untertitelung des ZDF, 2020